Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Wir arbeiten uns jetzt einen kleinen Tunnel in diese Richtung. Den können wir dann immer noch beliebig vergrößern. Ein Kekkelung. Ein Kekkelung. Ein Kekkelung. Ein Kekkelung. Ein Kekkelung. Und ich dachte, schon komm's die Server raus, das wär so hil seventeen. Dankeschön. Yeah, geil. Oh, noch mehr. Alter, was haben wir denn für ein Schwein? Okay, das lasse ich erstmal, dann können wir später weitermachen. Kohle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, das ist ja. Und Redstone. Und schon gegangen. Die Frage ist jetzt ob da Lava mit runterkommt. Soll das die Frage. Soll ich die Frage. Soll ich das jetzt? Soll ich das? Soll ich das jetzt? Ich habe das schon gemacht. Soll ich das? Soll ich das? Zum Glück klappt dieser Trick noch. So, die lass ich jetzt mal stehen, die rechte. So, die rechte, die rechte. So, 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 die rechte. Vier Blöcke. Okay, hier glaube ich macht Sinn mit dem Wassereimer. Ach du Scheiße, das verlängert die Bohrzeit natürlich extrem. Ja, hier glaube ich. Ja, hier glaube ich. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. So, Eisen hatten wir ja noch. Wieso mache ich das jetzt eigentlich so, ich habe keine Ahnung. Oh, ein anderes Kaninkel ist drin. Okay, Vorsitz habe ich nämlich ein bisschen Erde. Und dann geht es hier in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich, bis dann.